Man kann über Seth MacFarlane denken, was man will. Man kann aber nicht leugnen, dass ihm mit Family Guy die Gründung eines neuen Comedy-Genres gelungen ist. Und 2012 hat er dann die Kinos erobert, da kam nämlich Ted. Und der war immens erfolgreich und ist eine der größten Comedy-Überraschungen der letzten Jahre gewesen. Den ersten Dämpfer gab es dann mit A Million Ways to Die in the West, der ist nicht mehr so gut angekommen. Ich fand ihn immer noch sehenswert, aber an den Kinokassen ist er ziemlich baden gegangen. Und dann kam jetzt eben am 25. Juni Ted 2 in die deutschen Kinos. Und ja, mit Comedy-Sequels ist es immer so eine Sache, die sind meistens eher schlecht. Oder sie kopieren den ersten Teil einfach eins zu eins, so wie das eben die Hangover-Reihe gemacht hat. Aber bevor ich jetzt zur Qualität von Ted 2 komme, möchte ich etwas über die Story erzählen. Ja, wir alle haben ihn vermisst und jetzt ist er wieder da, Ted, der rotzige Teddybär. Und der ist mittlerweile sogar verheiratet, nämlich mit Tamielin, die wir aus dem ersten Teil kennen. Nur nach der Hochzeit funktioniert das Ganze zwischen den beiden nicht mehr so gut. Und sie wollen neuen Schwung in ihre Ehe reinbringen. Und was wäre da besser geeignet als ein Baby? Nur ist Ted eben ein Teddybär und dem fehlt dafür das nötige Geschlechtsteil. Also wollen sie auf künstliche Befruchtung zurückgreifen. Und Teds bester Freund bietet sich als Samenspender an. Nur funktioniert das Ganze nicht so, wie es soll. Und deshalb möchten sie nun ein Kind adoptieren. Dabei stellen sie aber fest, dass Ted vor dem Gesetz kein Mensch ist. Keine Person. Und das bedeutet, sie können kein Kind adoptieren. Und jetzt wollen eben Ted und sein bester Freund John Bennett vor Gericht sein Recht als Mensch einklagen. Und dabei helfen soll eine junge Rechtsanwältin Samantha. Und das ist im Grunde die Ausgangslage für diese Komödie. So, zu welcher Art Comedy-Sequel gehört denn jetzt Ted 2? Ich würde sagen, er ist durchaus gelungen. Und das liegt vor allem daran, dass man eben nicht versucht, den ersten Teil eins zu eins zu kopieren. Wer nicht weiß, was einen mit einer Seth Macfarlane-Komödie erwartet, es erwartet eine vulgäre Sprache. Er ist politisch absolut unkorrekt. Und es wird einfach über die amerikanische bzw. westliche Gesellschaft hergezogen, was das Zeug hält. Da bekommt wirklich jeder sein Fett weg. Und es gibt jede Menge popkulturelle Anspielungen. Die Story hat mir persönlich ziemlich gut gefallen. Sie dient eben nicht nur als Aufhänger für jede Menge Gags. Die Gag-Dichte ist natürlich im ersten Drittel enorm hoch. Das wird dann aber immer so ein bisschen weniger, weil der Grundton des Films einfach ernster wird. Und das liegt natürlich daran, es geht um Menschenrechte. Wie das ganze Thema angepackt wird, finde ich auch gelungen. Manchmal geht es mir ein bisschen zu weit, wenn dann Ted's Situation mit der Sklaverei verglichen wird. Aber die Idee dahinter ist eigentlich gut. Was manche stören könnte, sind die Seth Macfarlane-typischen Schnitte. So gibt es immer wieder Situationen, wo sich zwei Menschen unterhalten. Dann kommt ein harter Schnitt zu einer völlig anderen Szene. Dann passiert irgendwas Lustiges und es wird wieder zurückgeschnitten. Das ist eben so das typische Family Guy-Syndrom. Könnte Leute stören, die das nicht gewohnt sind. Mir gefällt das ganz gut. Unerlässlich für eine Komödie sind neben einem guten Drehbuch natürlich die Schauspieler. Und da kann Ted 2 wie der erste Teil nur glänzen. Wir haben wieder Seth Macfarlane als Ted. Der ist lustig wie eh und je. Die Sprüche sind super. Das ist mittlerweile wirklich eine ikonische Figur. Als Leinwandpartner hätten wir dann Mark Wahlberg als John Bennett. Und ich muss sagen, er gefällt mir in so lustigen Rollen wesentlich besser als in all den anderen Dingen, die er sonst so macht. Ich würde mir wünschen, dass er sowas häufiger mal macht. Und als drittes im Bunde hätten wir noch Amanda Seyfried als Love Interest von Mark Wahlberg. Und die gefällt mir auch besser als Mila Kunis im ersten Teil. Das ist eine richtig süße Liebesgeschichte zwischen den beiden geworden. Und da muss man wirklich sagen, Seth Macfarlane schafft das sehr gut, in diesen derben Humor dann tatsächlich noch so gefühlvolle und süße Momente reinzupacken. Das ist sehr gut gelungen. Und abgesehen von diesen drei haben wir noch jede Menge Kurzauftritte von bekannten Gesichtern. Und der beste davon ist wirklich der von Liam Neeson. Also das ist eine der lustigsten Szenen, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Das ist top. Leider teilte zwei das gleiche Problem wie schon der erste Teil. Nämlich das Schlussdrittel, Viertel, ist nicht so gut gelungen wie der Rest des Films. Und da tappen sie dann tatsächlich auch in die Falle. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass er eben nicht den ersten Teil kopiert. Der Schluss ist schon sehr ähnlich wie der vom ersten Teil. Und es ist schade, dass ihnen einfach nichts Besseres eingefallen ist. Das tut dem Ganzen aber jetzt nicht wirklich einen Abbruch. Denn, wie gesagt, drei Viertel, sage ich mal, des Films sind wirklich stark. Und deshalb kann ich auch nur sagen, wer Seth MacFarlane mag, wer den ersten Teil mochte, der wird damit sehr, sehr viel Spaß haben. Und ich hätte eigentlich gesagt, ja, der kriegt eine 7. Aber es gibt gerade am Anfang, wenn die Credits laufen, eine Tanznummer, die an so Fred Astaire angelehnt ist. Und die finde ich so genial. Deshalb bekommt dieser Film von mir 7,5 von 10 möglichen Punkten und ist einfach ein gelungenes Sequel. Und sowas ist sehr selten. Das war meine Review zu Ted 2. Und mich würde jetzt interessieren, wie euch dieser Film gefallen hat. Denn er ist ja an den Kinokassen deutlich schlechter weggekommen als der erste Teil. Und ich verstehe eigentlich nicht so genau, warum. Denn natürlich fehlt ihm dieser Aha-Moment. Aber abgesehen davon ist es eine konsequente und gut gelungene Weitererzählung des ersten Teils. Und deshalb schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, wie er denn bei euch angekommen ist. Und wenn ihr Freude an diesem Video hattet, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und sonst kann ich nur noch sagen, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.